Und wieder heißt ich euch herzlich willkommen zu der Heroin-Bohrheiz. So, ähm, hier geht's aber richtig hier auf, richtig auf, ah. So. Da, da, ha, ha. Oh nein, ah. Wo ist sie denn? Wo bist du? So. Und das Kulturer kümle ich mich echt, kümle ich mich echt spät an. Ich kümle ich mich echt spät an. Ich kümle ich mich, die Dinger machen müssen. Wieso nicht? So. 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 Ich kümle mich erst einmal in den Kulturer, wenn ich zu zweit mit jemandem spiele. Das wäre echt besser, denke ich. Ich kümle mich erst einmal in den Kulturer. So. 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 Ich brauche alles offensichtlich. Was Ruto gerettet und im Spiegel der war ja jetzt halt. So. Oh. Was ist die denn? Was ist die denn? Super, dann gehen wir mal wirklich zu Zelda und schauen uns mal das mal an. Oh, ich sehe den. Oh, ich sehe den. So, kommt, 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 kommt. Hallo? Wie ich es mir gedacht habe, das war jetzt der Spiegel dabei. Oh nein. 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 Haha Oh 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 Okay Oh Don't forget So Oh Oh Macht gegen Macht Jetzt heisst es bitte Macht gegen Macht Ich sein wenn du meine macht Und die Kein Arm Und noch einmal die Freizeiter Super So. Wir bestimmen. Ops. Ops. So. Toll. 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 Ups. So. Toll. Damn. Come down. So. Der Spiegel der Wahrheit. Pfff. Oh Mann. Mein Robot. Mir habt ihr meine Illusion durch. Du kannst unmöglich selber sein. Denn. Ich bin Zelda. Prinzessin. Ihr lebt. Impa, bitte vergibt mir, dass ich dich nicht angeweiht habe. Äh. Was? Äh. Ich war schon da. Lass uns dieses Portal gemeinsam versiegen. Anliegen. Ops. Pff. 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 Pffft. Ach, ja. Pff. Pff. Pfff. tatsächlich wusste schon weil das weiß man schon sein wir holen mich wieder aber das weiß man seit upgrade of time das schick schon selber war und es immer sein wird ja habe ich jetzt ein bisschen mit gespielt ist es ist natürlich weiß jeder andere von euch bestimmt das schick selber war es sei denn es gibt jemanden der wirklich kein anderes gespielt hat dann würde ich denken dass er es wirklich nicht glaubt dass schick selber war ja dann würde ich es wirklich aber ich will ich glaube nicht dass hier irgendjemand kein einziges selber spiel gespielt hat ja und ich wollte mich jetzt verabschieden ich höre auf zu reden und ich verabschiede mich tschüss und bis zum nächsten mal wir begeben uns nächstes mal zum schattenpalast darum freue ich mich auch denn mit nerven wird auf unserer seite sein das wird ein spektakel und ein schöner spektakel so bis zum nächsten mal tschüss